Ja hallo liebe Uniteds, Leo Klint hier von windowsunited.de, heute mit dem Chewy Hi 13, dem 13,5 Zoll Tablet von Chewy. Viele von euch haben darauf gewartet, ich gucke mir das ganze mal an mit euch, ich hoffe ihr habt Spaß dabei. Windows United, ein Windows, eine Community. Ja und da wären wir auch schon mit dem Chewy Hi 13, das 13,5 Zoll Tablet von Chewy, vom chinesischen Hersteller Chewy, bzw. Tablet ist nicht ganz richtig, eigentlich ist es ein 2 in 1, es gibt dazu auch noch ein Tastatur-Doc, das haben wir noch nicht hier, aber das Tablet an sich ist auch schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, 13,5 Zoll Display-Diagonale und jetzt passt oft die Auflösung auf 3000 x 2000 Pixel. Diese Auflösung kennen wir vom Surface Book, vom Microsoft Surface Book auch 3000 x 2000 Pixel und 13,5 Zoll Display-Diagonale. Hier hat sich Chewy also inspirieren lassen und das Display ist wirklich beeindruckend. Es ist sehr scharf, es hat sehr gute Farben, gute Blickwinkelstabilität, das sieht auf Kamera immer etwas schlechter aus als Live, aber ich kann euch sagen, ich war sehr beeindruckt, als ich es das erste Mal in Betrieb genommen habe. Sagen wir kurz noch was zu den Specs, hier arbeitet ein Intel Apollo Lake Prozessor, vielleicht kennen es einige noch nicht, das ist ein Celeron der neuesten Generation. Der ist eher auf Energieeffizienz ausgelegt, also kein wirkliches Power-Monster. 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, leider nur EMMC, keine richtige SSD und das merkt man auch der Performance an. Also hier müssen sehr viele Pixel bewegt werden, wie wir schon gehört haben und die Specs sind dafür etwas niedrig, meiner Meinung nach. Also wenn wir jetzt hier mal die Animationen aufrufen, manchmal erlebe ich Mikrorogler, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ansonsten wird es ausreichen für Office, für Mail und für Medienkonsum, vor allem für Medienkonsum bei diesem großen Display und wenn man keinen Vergleich hat, dann ist der Speed auch vollkommen in Ordnung, wenn man natürlich das Cube Mix Plus zum Beispiel daneben legt, dass ein Core-M Prozessor der siebten Generation und eine richtige SSD verbaut hat, da merkt man einen gewaltigen Geschwindigkeitsunterschied. Andererseits ist das Cube auch schneller als ein Surface Pro 4 mit M3 Prozessor. Also hier hat man für circa 320 Euro, das kostet das Tablet momentan, eine relativ gute Performance für Office-Aufgaben und für Medienkonsum. Allerdings, wenn man einen Vergleich hat, dann merkt man schon, dass hier etwas an den Specs gespart wurde, beziehungsweise, dass man auf die Akkulaufzeit geachtet hat. Die ist ungefähr sieben bis acht Stunden, das ist vollkommen in Ordnung für das Gerät und ich finde es auch richtig, dass man hier bei so einem Budgetgerät eher auf die Energieeffizienz geachtet hat. Ansonsten zur Build Quality, zur Verarbeitungsqualität kann man sagen, sehr gut. Wir haben hier ein mattes Metall, ich weiß nicht, ob es Aluminium ist, mattes Metall auf jeden Fall, fühlt sich sehr schön an. Ich finde, es sieht etwas aus wie ein Huawei in dieser Farbe ungefähr von hinten. Oben haben wir einen Lautstärke-Regler und hier den An-Aus-Knopf. Diese Seite ist außer der Lautsprecher leer. Die Lautsprecher sind sehr gut für ein Tablet. Hier unten haben wir den proprietären Anschluss für die Tastatur und auf der anderen Seite haben wir noch MicroSD bis 128 GB offiziell. Ich denke, es gehen auch 200 oder 256. Wir haben hier USB-C, wird auch übrigens über den USB-C-Port geladen. Wir haben hier ein Micro-USB, ein Mini-USB und ein Kopfhörereingang. Hier ist das Mikrofon. Noch einige Lautsprecher. Also das Highlight ist hier doch tatsächlich der Bildschirm und der enttäuscht auch nicht. Ich werde das Gerät noch ein Weilchen testen. Der erste Eindruck ist soweit gut. Die Performance könnte etwas schneller sein und ansonsten haben wir hier im Budget-Rahmen einen ganz tollen Screen mit sehr viel Bildschirmdiagonale und ausreichenden Specs für Office, für Games aus dem Windows Store, also wie zum Beispiel hier Fallout Shelter. Das funktioniert gut. Oder hier die mobilen Games von Halo für Mails und für Filme und Musik. Ich hoffe, der erste Eindruck des Chuwi Hi 13 hat euch gefallen. Das war Leonard Klint von WindowsUnited.de. Falls euch die Videos gefallen, drückt auf Abonnieren. Das hilft uns und kostet euch gar nichts. Und verfolgt uns auf WindowsUnited.de und all unseren Social Media Kanälen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das war Leo Klint, Chuwi Hi 13 und Tschüss.